Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Zugezogen Maskulin, 10 Jahre Abfuck. Grimm und Testo sind zurück. 10 Jahre ist es her, da erschien mit Kauft nicht bei Zugezogenen das erste Album der beiden. Diese Zeit wurde nun mit dem neuesten Release verarbeitet. 10 Jahre Abfuck kommt mit 13 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über 4Music und erscheint als CD und auch als Vinyl. Jason Bounce. Das Debütalbum 28 Grad erschien im September 2018. Mit seinem Hit Bombay wurde Jason damals über Nacht bekannt. Nach knapp zwei Jahren folgt nun eine neue EP des Bremers. Bounce beinhaltet 8 Tracks, als Features wurde bis jetzt nur Vazel bekannt gegeben. Die EP kommt über optimal Luxus und erscheint digital. Tamasch Hysterie. Das letzte Soloalbum von Tamasch, Kopfsteinpflaster, stammt aus dem Jahr 2016 und liegt somit schon mehr als vier Jahre zurück. In der Zwischenzeit beteiligte sich Tamasch an diversen Collaboprojekten und war außerdem als Teil der Rapgruppe Zombies aktiv. Jetzt steht mit Hysterie das zweite Album des Berliners an. Hysterie kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Blockmonster, Crystal F und Schwarz. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Kitschkrieg 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 ist ein Produktionsteam aus Berlin, welches vor allem durch die Zusammenarbeit mit Tretzmann bekannt wurde. Jetzt steht mit Kitschkrieg das erste Produceralbum der Berliner an. Kitschkrieg beinhaltet 12 Tracks. Features kommen unter anderem von Bones MC, Cool Savage und Peter Fox. Das Album kommt über Soulforce und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.